Du könntest übrigens fürs Laden einfach nur das Ding nehmen, dann hättest du jetzt die Rüstung gar nicht reintun müssen, aber geht natürlich auch. Ach so, ja hat ja funktioniert. Ist nur ein bisschen einfacher, wenn man dann nur ein Item reinschmeißt. Ja, ich hab direkt alles einschließen. Hast du irgendwelche Cores? Wie waren, was weiß ich, sonst was Cores? Draconic Flux Capacitor. Ne, Core, äh, wie heißen die dann? Äh, äh, äh. Moment, ähm, welche sind die Besten? Die Awakened Cores. Will dir da mal, äh, 4x4 waren es, glaube ich, äh, 16 Stück. Genau, die Awakened Cores 16 Stück. Kannst du sonst, hole ich sie dir schnell, wenn du den, äh, Wireless Cores nicht hast. Was machen die denn? Mit denen kannst du deine Rüstung und dein eventuelles vorhandenes Draconium Sword upgraden. Genau, da rennst du dann nicht dann hier zu diesem Upgrade Modifier, wo ich gerade verplant rumhüpfe. Äh, warte mal, ich bring einfach mal welche mit. Ah, ich brauche noch ein Schwert. Und du kannst auch eine Armbrust nehmen oder was auch immer. Ähm, ich habe keine Waffen von denen. Also, ich brauche sie nicht unbedingt. Die, wenn du eine gute Armbrust von Tinkers hast, die ist auch gut. Ich habe auch keine Waffen. Fertwaffen. Jetzt auch heutzutage, ich bringe ihn dann da. Oh, kurz gucken. Draconium Ingots fehlen. Na, sowas aber auch. Der kommt momentan nämlich wieder mal nicht nach, mit dem nachbestellen. Weil da die Kiste permanent voll ist. Aber dann hole ich halt mal ein paar. Oh, apropos. Was ist eigentlich besser? Oder wie viel macht denn der Stab? Nachdem das Ding ja eh gerade nicht mehr arbeitet. Bogenpimpen. Verdammt. Komm mal rein. Witt. Ich bin schön, wie sie gerade alle schön Energie gezogen haben, um den hier wieder aufzuladen, den Staff of Power. Der Draconic Dragon, oder? Heißt der. Chaos Dragon, glaube ich, heißt der. Aber ich bin mir nicht wunderbar oder zunächst sicher. War es nicht Chaos Guardian? Chaos Guardian. Chaos Guardian, ja. Draconic Chaos Dragon of Chaos Guardianship of Chaos, heißt der. Mindestens. Das wäre was fürs Bullshit-Bingo gewesen, ne? Die hier wahrscheinlich. Aber die ganzen Guardian-Sachen sind doch mal Botania. Stimmt, ja. Normalerweise sind nämlich der Gaia Guardian, äh, ist Gaia, äh, ist Botania. Ist voll gar Gaia. Auch das ist er, ja. Der Staff of Power macht überhaupt keinen Schaden. Ihr habt ja momentan den guten Street-Boy ich im Stream drin, ne? Hallo Street, grüß dich. Übrigens, Glückwunsch, dass du den Gaia Guardian jetzt endlich im dritten oder vierten Anlauf, äh, in verschiedenen Mod-Packs getötet hast. Glückwunsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Und, äh, hier ist noch eine Frage bei uns im Chat gerade aufgetaucht. Für Project RE-TV 10. Ähm, bitte, das ist nur der Working Title, ne? Also, äh, nicht verkehrt verstehen. Äh, es gibt Mechanismen für, äh, 1, Minecraft 1.10. Ja, hab ich gesehen. Aber ich, äh, hab's noch nicht getestet. Und ich weiß nicht, ob ich einen Mod wieder mal, äh, ich komm hier nicht raus, äh, ob ich nochmal den Mod reinbringen soll, weil wir den schon ein paar Mal gezeigt haben. Ich weiß es nicht. Außerdem sieht man ihn relativ häufig. Wir haben ein paar Alternativen drin. Also von daher, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Kurze Zwischenfrage. Welches Schwert? Ähm, also du könntest dir das Draconic Sword machen. Und da brauchst du wahrscheinlich noch ein bisschen... Ich könnt's dir auch geben, dass das ich hab, weil ich werd's wahrscheinlich hier nicht brauchen. Richtig, du hast das bessere Teil ja eigentlich schon, ne? Ja, das zwar grad schlechter ist, aber ja. Also, fürs Angreifen. Also das... Äh, denk dran, dass ihr was zu essen mitnehmt. Ja. Hab noch Äpfel dabei. Die guten. Denk dran, dass ihr was zu essen mitnehmt. Ja, ich esse jeden Tag trinken. Ich esse jeden Tag trinken. Ich esse jeden Tag trinken, goldenen Äpfel. Gell, Kinder? Oh, danke. Bitte. Götter, Mensch, bereit. Was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Hm. Ähm. Haben wir sowas? Ich weiß es nicht. Alle, die Bock haben, uns zuzugucken. Die Zielgruppe sind alle. Genau. Ah, die Welt. Wir werden die Welt erobern. Psst. Genau. Das hatten wir doch gesagt. Sagen wir nicht laut. Verdammt. Das schneiden wir aus dem Livestream raus. Danke. Okay. Moment, was? So. Erinnert. Ich dachte, wir nehmen auf. Ähm. Nein. Nein. Sowas machen wir nicht. Oder? Machen wir sowas? Ich gucke mal Streaming. Machen wir doch. Erinnert mich mal kurz dran, was das, äh, Englisch 0% links oben ausgesagt hat. War das irgendwas mit Überladung oder sonst was? Englisch 0%? Äh, links oben. Eng. Zumindest bei mir. Äh, in dieser Anzeige. Diese Ladeanzeige. Die bei mir mittlerweile links oben ist, weil ich sie da lieber hab. Achso, du hast sie da links oben. EN? Keine Ahnung, was EN war. Energie. Möglich. Hab ich jetzt auch gesagt. Vielleicht der Energiefluss? Oder die Geschwindigkeit der Ladung? Keine Ahnung. Uhu. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Sind alle ausgerüstet? Ja. Haben alle auch eine Waffe, mit der sie mehr als eine Schildkröte töten. Wie komm ich auf das Schild? Aber war hergeschrieben. Mehr als, äh, ein Schwein töten können. Ja. Vielleicht? Wie Schweine? Weiß nicht, ob mit goldenen Äpfeln wäre man so. Olli, jetzt wär das Schwert aus Project Ozon geil, oder? Äh, dann wär's ja schon wieder zu einfach. Ja, stimmt auch wieder. Ich mag zu einfach. Bei Kindern. Okay. Äh, Jojo, hast du deinen, deinen schönen, ähm, Enhanced Charme of Dislocation? Äh, ja. Dann würd ich doch mal sagen, gehen wir beide mal ins End und versuchen dann mal den Rest zu uns zu porten, oder? Oh, oh. Um einfach die, die Sache ein bisschen zu... Wech denn gerade hin? The End. Da freu ich mich. Genau, da haben wir noch jede Menge Schalter und jede Menge Enderman, genau. So, TP... Der Olli nach mir. Rechte ich. So. War das TP, äh... Dann TPX. Was, nein? TPX. Und der Olli. 82... Zu mir. Unknown Command. Nein, nee. Nein, nee. Es müsste, glaub ich, Dimension TP gehen. Das müsstet ihr aber dann Silber eingeben. Nee, ist auch nicht. Ähm. War das Koffer TPX? Hm. Koffer TPX war das. Zusammen? Koff, koff. Nee, getrennt. C, U, F. Äh, Jujo, der Stream ist gerade weg. Mann, Jujo. Einfach mal die... Leute, hier, hier, ja. Dann kannst du dich mal um den Stream kümmern. Das ist dann auch nicht so spannend, der Teil. Sagst du. Ah. Der hat sich so rumgeportet. Gut, dann nehme ich den guten Sanga. Ah! Ja! Und dann noch dann... Irgendwas later. Wow. Das heißt, ich sterbe jetzt, ja? Nö. So, nein, du stirbst nicht. Noch nicht. So, geht's auch mal an. Bei mir läuft's wieder, ja? Krass. Hallo zurück. Dann hoffe ich, dass die Aufnahme auch funktioniert, aber das wird schon passen. So, das ist gar nicht meine Wolle. Schreib mich Nenermann an. Schick. So, und jetzt müssen wir eigentlich theoretisch 1000 Blöcke Richtung Norden. Äh, 10.000 Blöcke Richtung Norden, ne? Mhm, da waren wir ja schon mal. Genau. Ich fliege da mal. Wir hätten eigentlich eigentlich dahin teleportieren, wie wir mal. Ja, gut, aber wir haben jetzt hier ja... Das Fliegen ist jetzt definitiv leichter. Ich hätte vielleicht trotzdem... Ist man mit dem... Ja, das ist total verwirren, wenn das alles nach oben schwappt. Ja. Alter. Von welchem Schnappchen? Einfach nach Norden, circa 10.000 Blöcke. Also beim letzten Mal war ich zuerst da und als erster tot. So, und dann kann ich mal meine Flight Speed Modifier mal auf Maximum stellen, dann geht das nämlich noch spessern. Guter Punkt. Äh, wenn du es eingestellt hast, gibt es ein Configure-Hud-Gooly-Elements. Was? Äh, du musst erst einen Knopf legen, mit dem du das Ganze haben möchtest. Ganz im Ernst, ich will es nicht schneller haben, weil mit diesen hochpoppenden Blöcken, das ist so schon... Da kriegst du ja echt Kopfschmerzen. Ach, ich fliege aber einfach so schnell, dass sie nicht hochpoppen. Und das ist eine Option. Bis du an irgendeinem Block hängen bleibst. Da hängen mir gerade ganz so viele Belagerungen. Oh, ich hänge in der Wolke. Ah, ja genau, das ist das Problem. Jetzt lernt gar nichts mehr, ich fliege trotzdem weiter, ist auch super. Genau. Geht jetzt zumindest irgendjemand vor mir. Uah. Das bin ich. Ah. Keine Ahnung. Teleport. Aua. Uah. Wo ist denn oben? Ich glaube, ich lag in der Lava. Das war auch schön. Plötzlich. Boah. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, ob ich schon da bin oder nicht. Was war der Tastenknopf für... Der Tastenknopf. Was M? Es war M. M. Ich musste doch noch weiter. Zumindest laut Karte waren wir beim letzten Mal weiter. Das ist der Knopf, don't care. Tastenknopf, ja. Genannt Taste, ja. Genau. Ich habe keine Karte mehr. Irgendjemand hat mich gerade überholt. Auch schön. Ich hänge an der Wolke. Okay. Also ich bin eine halbe Strecke. Keine Ahnung. Zeh es nicht. Wo sieht man das? An der Minimap normalerweise, aber dann müsstest du eventuell die Koordinatenanzeige an der Minimap einschalten. Wo macht man das denn? Bis wohin wollen wir denn? Du drückst M. Bist du tot? Ja. Gehst auf O. Schnuß. Und dann hast du auch... Minus 10.000 oder Minus... Minus 10.000. Sehr gut. Ich bleibe hier stehen. Ich bin bei 1.000. Draw Quartz Large. Der oberste Punkt. Und dann kannst du es umstellen. Wie bin ich denn? Minus 5.000. Hey, ich sehe was. Ich bin bei Minus 5.500. Okay. Und dann renne ich natürlich wieder blinden Gehorsam voraus. Verdammte Scheiße. Das ist eigentlich Zufall, dass der genau im Norden ist. Das ist glaube ich Absicht gewesen vom Mod-Entwickler. Nehmen wir an. Ich glaube Brandon wollte sich an der Stelle irgendwas einfacher machen. Oder vielleicht wollte es den Spielern einfacher machen. Aber 10.000 Blöcke erstmal im End voranzukommen ist mit normalsterblichen Mitteln. Ich glaube ich habe einen Spawner gefunden. Und sonst was. Was ist das denn? So, wir sind bei 8.000. Und bei 9.000. Minus 9.000 würde ich mal bleiben. Hilfe. Was auch immer. Äh. In welche Richtung muss ich? Ne, nicht die. Die. Okay. Das sieht sehr interessant aus. Dieser Spawner oder was auch immer das ist. Ich bin jetzt bei minus 9.000 und ich könnte euch jetzt dann gleich hier irgendwo hin porten. Ich suche mir mal ein Inselchen. Ich bin schon bei 8.000. Ich bin bei 7.000. Ich sehe nur keine Blöcke. Das ist das Problem. So, also dann. TP. Biber Butzeman zu mir. Mal gucken. Dann Sanger soll ich dich auch porten? Da ist jemand. Ich bin jetzt kurz vor dem Gegner. Ich habe keine Ahnung. Bitte bei minus 9.000 ungefähr stehen bleiben. 9.102. Ich bin bei 9.500 und sehe diese zerbröckelten Steine, wo der da noch anfängt. Okay, dann bist du schon sehr nah dran. Also dann bitte mal stehen bleiben. Weil dann werden wir uns das erstmal in Ruhe angucken. Genau, wir lassen den Floh vorgehen. Den Floh, Floh gehen. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Mal gucken, ob ich den Olli jetzt gleich finde. Ja, du darfst mich bitte noch porten, weil wie gesagt, ich komme zwar voran, aber ich sehe gar nichts. Ja, ja, warte, 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 warte. Das kann man natürlich machen. Ich bin bei X ungefähr 0 und Höhe 100. So, ist der Chat denn schon schon gespannt, wie schnell sterben werden? Ja, nee. Lade anders. Ah? Da ist noch wer. Bin ich schon bei Olli? 9.500? Ich sehe das gesplitterte noch nicht, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir wieder fliegt neben euch. Olli? Ja. Wo bist du? Ach, da. Da ist er, da ist er, Olli. Seht ihr neben euch? Ich kletterte. Okay. Seht ihr neben euch? Ah, ja, okay. Wir sind weitergeflogen, die wir sprechen. Wo seid ihr? Ihr seid ruhig. Oh, ihr schaut uns das heute weiter. Vorsicht, Vorsicht. Ich sehe da fliegende Leute, sehr gut. Hallo, ich muss mal kurz raus und wieder rein, nachdem mir keiner antwortet. Ja, wir haben gesagt, wir waren weiter. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich habe gesagt, ich sehe nichts und weiß nicht, in welche Richtung ich fliegen muss. Okay. Transport biegen. Was macht das Transport biegen? Ey, Blöcke. Unglaublich. Keine Ahnung, wer hat das hier hingesetzt? Nicht das? Ich kann auch, ich nicht. Probierst mal einer aus. Cancel. Ich kann Cancel drücken. Super. Ja. Apropos Cancel, ich mache mal bei meinem Enhanced Charm of Dislocation hier einen neuen Location. Das ist eine gute Idee. Die Frage war, wie ging das? Nicht, dass ich mich jetzt porte. Shift, rechte Maustaste. Okay. Add new. Add new. Set here. Vor dem Drecksdrauchen. Ja, das schreiben ging schon mal nicht. Eine kurze Zwischenfrage, mein Schwert hat E3-Mann-3. Ja. Hau ich euch damit auf? Also, du kannst damit zuhauen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du mehrere Gegner hättest, hättest du einen positiven Effekt. Wenn du nur einen Gegner hast, hast du keinen negativen Effekt. Okay, Gott. Ja, nicht, dass du euch nachher verprügeln. Ich denke eher, du wirst das Thema Armbrust feststellen. Das kann schnell ins Auge gehen. Ich habe noch genau ein Volt. Wo ist denn der gute Sangha jetzt schon wieder hin? Hier. Anscheinend buffert es bei mir schon wieder. Das tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, warum. Warte mal, ich schmeiße die mal... Moment. Zehn Äpfel raus. Genau. Kann ich die jetzt essen? Da kannst du schon mal einen essen, dann siehst du, was die bewirken. Wie lang hält das? Äh, nicht lang genug, ehrlich gesagt. Aber zumindest ist es besser wie gar nichts. Okay, wir sollten trotzdem nochmal nachlesen, was wir, wenn er tot ist, machen müssen. Nicht, dass wir dann... Oh shit, er ist tot. Äh, 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 Panik. Panik haben wir nie. Wir müssen das vielleicht nochmal machen. At the center, once the guardian is defeated, you can claim your reward at the center of the island. Several blocks below the surface, you will find a chaos chamber containing a chaos crystal. When broken, the chaos crystal will drop five chaos shards. Be warned. When you destroy the crystal, the energy field it was generating will collapse. This will result in the total animation, was? Ich vermute... Anni-mation? Anni-mation of the island within... Da steht wirklich animation, aber ich vermute trotzdem. Man meint... Of the island within a matter of seconds. Unless you are wearing full drakonic armor, you will only have a few seconds to collect the shards and escape the island before you are obliterated along with the island. Gut. Hat jemand noch was zum abbauen dabei? Ja, ich hab mein Stab. Stimmt, du hast deinen Stab. Mit dem kann man alles machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Okay, also die... Ich hab auch eine Crowbar. Ich hab gerade Crowbars sind auch immer awesome. Okay. Die hab ich auch. Ich hab die Headcrabs. Und der hat auch wieder... Der hat auch wieder... Hallo Enderman. Kristalle. Die haben 50 Hitpoints und wenn man ihnen Schaden macht, werden sie sich shielden. Mit anderen Worten, drauf schießen mit irgendwas, was mehr als 50 Schaden macht. Machst du da so komische Geräusche? Der Enderman, der dich haut hinter dir. Mich? Ja, dich. Warum haust du mich? Ich bin Sau. Genau. Hau doch zurück. So, jetzt stehen wir alle hier super vorbereitet. Ja, ich hab jetzt mal Energie hochgegangen. Jetzt geht's wieder runter. Also wir haben einen Tdn hoch. Dann ist das wahrscheinlich die Ladegeschwindigkeit deines Anzugs oder irgend sowas in der Richtung. Willst du auch versuchen, so scheiß Krach zu machen, du scheiß Viech? Wollen wir jetzt so einen komischen Viech umhauen? So einen komischen Viech? Jo. Oh geil, die Partikel sind hinter den Inseln. Schau mal. Gut, dann würde ich sagen... Die Partikel sind hinter den Wolken. Dann mal los, oder? Das sieht gar nicht scheiße aus oder so. Und vor allem versuchen, seinen ersten Angriffen auszuweichen. Also, kommt hier? Ja. Ich würde Fluch vorgehen lassen, der ist am langsamsten. Das... Ja, ich hab vor allem alles, was ich jemals bräuchte, dabei. Das wäre ganz toll, wenn ich jetzt hier sterben würde. Dann sterb über einer Insel. Ähm, hallo, wo ist er? Da ist er. Chaos Guardian. So, jetzt müssen wir da oben uns dafür sorgen, dass die Teile hier... Irgendjemand wird beschossen. Vorsichtig ausweichen, das müsste funktionieren. Da fliegen komische Sachen rum. Hier ist ein Wolken, die von unten kommen. Äh... Ja, ich fliege da mal rum und zerstöre diese komischen... Genau. ...Dinger. Ja, komische Dinger, ich habe Angst. Hilfe, wo seid ihr? Ich glaube, er hat auf mich geschossen. Naja, oder auf mich. Nee, auf mich, auf mich, auf mich. Auf dich, okay. Oh, ich fäng in der Wolke. Ich hab was kaputt gemacht. Sehr gut. Das macht hier. Ja, ja. Ui, 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 ui. Jetzt sehe ich auch einen Teil. Hilfe, wo seid ihr? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche von diesen... Sagen wir mal, wie soll man eigentlich in diese Dinger reinkommen von oben? Au. Tut doch weh, lass, dass ich hasse das. Au. Au, jetzt bin ich fast tot. Dann verdönisiere dich. Nee, ich fliege einfach eine Runde. Au, au, au. Kann man sich unter der Insel verstecken? Ja, nicht in die Wolken, nicht in die Wolken. Nicht in die Wolken. Au. Also was sehr gut funktioniert, ist um ihn drumrum fliegen, wenn er dich angreift, weil dann trifft er dich anscheinend nicht so gut. Das Problem ist, es lag so verdammt, dass ich nicht weiß, ob er gerade nicht auf mich schießt. Ihn immer schön im Blick haben. Das ist ziemlich bescheuert, dass die Blöcke der Insel immer wieder nachladen. Ich hab Angst. Okay. Schande neins. Das ist schön, dass er hier gerade... Oh, nicht mich. Nicht mich. Er macht nämlich gerade seine eigene Abwehr kaputt. Das darf er immer... Hilfe, 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 Hilfe. Waren wir schon kaputt? Wir haben schon länger durchgehalten als beim letzten Mal. Ja. Also wir machen das schon richtig. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wann diese Kristalle da überhaupt kaputt gehen, weil ich gefühlt habe schon... Draufschießen. Ja, aber ich hab da schon 20 Mal draufgeschossen und die sind immer noch da. Jetzt mit der... Oh, wow. Ah, critical damage. Nicht gut. Ich muss weg. Ich muss kurz weg. Wow, 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 wow. Gut. Also der goldene Apfel ist wirklich extrem gut, finde ich. Ja, ich auch. Ich hab auch gerade einen richtig gesnackt. Ach, stimmt. Ich hatte, glaube ich, gerade noch ein Leben. Ein halbes Herz, um genau zu sein. Ja, genau. Das war der critical damage, nehme ich an, ne? Ja. Und da sind die goldenen Apfel wirklich gut. So, und warum... Das ist kaputt. Das ist kaputt. Die scheinen... Da in der Mitte sind noch welche. Mal ein bisschen beobachten, wer ihnen noch Ladung gibt. Ja, sehr gut, danke. Oh, 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 oh. Gut. Ja, bisher sieht's aber... Also wir halten uns relativ gut, muss ich sagen, heute. Ja, wir schon, aber... Also, wenn's nicht so laggen würde, würden wir uns vielleicht sogar noch besser halten. Das weiß ich nicht. Das ist eine Vermutung. Warum... Richtig. Ich kriege die Wetten auf meinen ersten Tod sehr hoch. Das finde ich nicht. Erfahrung. Warum ziehst du, ich sterbe zuerst? Ich buddle mich gerade von unten in den Wiesel rein. Gebe mir Mühe, es nicht zu schaffen. Okay, gut. Mal schauen. So, wo ist er denn, der Dreckskopf? Wie soll man den überhaupt treffen, wenn ich noch an der... Littig. Ja, wie der unterwegs ist. Probier's mit dem Schwert. Oh, nee. Ist schon mal am Drogen getroffen. Hinten, außen. Armbrust ist gut. Was ist dieses rote Ding da in der Mitte? Ein rotes Ding. Oder eng. Oh, 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 oh. Ich suche ihn auch gerade. Ja, die Brenz. Hilfe. Der ist gerade im Westen, oder? Sag einmal, Viech, wo bist denn du? Ja, er fliegt gerade. Jetzt im Norden. Jetzt im Norden. Mach mal, ich sag mal immer, wo er ist. Wenn er nicht laggt. Jetzt laggt er gerade. Jetzt ist er weg. What? Wow, der fliegt da wirklich schnell. Westen. Mitte. Weg. Er ist in der Mitte. Schön, dass du es wieder einrichten konntest, Drache. Und kommen. Es ist immer toll, wenn bei einem Kampf der Gegner auch erscheint, gell? Ja, das ist. Wahrscheinlich. Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Kristalle jetzt wieder spawnen oder sonst was. Und ihn dann wieder heilen. Iconium-Infused Obsidian. So, so. Ich baue das mal ab. Mal schauen, was passiert. Wo ist denn der? Da hinten ist er. Hüden. Komische Geräusche kommen. Der fliegt ja durch die Insel durch. Ja. Die Drecksau. Cheater. Cheater. Der wird vorhin immer schneller, oder? Die Wand. Ich ziehe dir auf. Was ist er gerade im Norden? Oh. Oben. Gerade haben wir ihm richtig gut Schaden gemacht. Ja. Oh, stimmt. Verdammt, ich darf keine Pfeile mehr. Osten. Süden. Okay, noch ein Stück. Besseren. Da haben vier Stacks Pfeile in ihn reingepumpt. Nee, 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 nee. Heile nicht, heile nicht, heile nicht, heile nicht. Ja, irgendwas heilt ihn wieder. Ja, ja, ja. Die... Wo? Ey. Daneben. Also da muss man wirklich seinen Anzug auf volle Speed schalten, dass man ihm halbwegs hinterherkommt. Und da. Komm, 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 komm. Komm, noch ein bisserl. Noch ein Pixel. Yes. Yes. Stell mich mal runter. So, und dann bitte, Jojo, gleich gucken. Ja. Ob du siehst. Ich möchte anmerken, ich bin nicht zuerst gestorben, es war der Drache. Jojo, kannst du mal schauen, ob du siehst, wo das ist? Das Dragonheart habe ich. Ja, wir brauchen aber die Shards eigentlich. Ja, das müsste ja irgendwie, das hieß ja, dass das irgendwie unterirdisch ist. Wow. Da fallen ganz viele Blöcke gerade runter. Ja. Ich sehe hier so ein Chaos-Kruste, soll ich den hauen? Wo, 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 wo? Ja. Ich bin direkt neben mir. Ich habe mich mal von unten reingebuddelt. Ich haue ihn mal kaputt. Ja, mach ihn kaputt. Direkt looten. Looten, mitnehmen und abhauen. Aber mit Highspeed. Ich habe vier. Ja, gut. Ja, und dann weg. Weg, 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 egal, wohin. Ich bin raus, ich bin runter. So, und dann gehen wir mal nicht so weit weg, dann gucken wir vielleicht mal, ob wir sehen können, wie die Insel kaputt geht. Wackelt gerade wunderschön. Seid ihr im Norden oder im Süden von der Insel? Egal. Oder im Westen. Also, ich bin im Süden. Ich bin im, keine Ahnung. Ja, ich glaube auch Süden. Aber es wackelt schön. Ich sehe nichts. Ah, jetzt, ja. Kamera wackelt so. Ich habe beschlossen, wenn ich wackele... Oh, 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 oh. Da kam ein großer Stockwaffe. Ui, 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 ui. Da kam ein großer Stockwaffe. Ähm, Angst. Angst. Langsam zurück. Langsam zurück. Und, wo ist das jetzt? Weg. Weg ist die Insel. Da fallen ein paar Inseln runter. Okay. Na, das ist deren Problem, nicht unseres. Puff. Ja, nicht, dass die in der Voidchest landen. Wo seid ihr denn? Hey, wir haben hier besiegt. Da fliegt jemand. Ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Ich fliege mal zu diesem Moment. Lieber Chet, wir haben ihn. Hey, Daniel. Hey. Ui. Guck mal, was ich in der Hand habe. Yeah. Guck mal, was ich in der Hand habe. Hey. Wir haben ihn. Sehr schön. Okay. Ninja Action ist successfull. Haha. Dann können wir... Oh. Also ich würde sagen, gerade noch erfolgreich, oder? Aber du solltest fünf bekommen, nicht nur vier. Das waren doch bloß vier. Ich habe gesagt, ich habe vier. Hab dir gesagt, okay, passt, rein und raus. Nein, 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 nein. Es ist gut. Vier ist besser wie gar keiner. Was sind das für viele Partikel da? Das macht mir Angst. Keine Ahnung. Ich würde da in deiner Stelle nicht hinfliegen, weil das, was du in der Hand hast, war nämlich das, worum wir den ganzen Scheiß überhaupt gemacht haben. Richtig. Das sind lustige Partikel. Der ist auch. Ja. Also ich bin vorher in die Partikel kurz reingeflogen. Ich habe ein bisschen Schaden gekriegt. Daniel, flieg doch mal rein. Nein. Sonst fliege ich rein. Daniel, flieg rein. Die machen Aua. Wo seid ihr? Sieht cool aus. Bei den Partikeln. Da war wer. Ja. Ich brauche eine andere Minimap. Wow. Feature-Request für Folge-Modpacks. Andere Minimap. Ja, habe ich schon. Energy Cluster holding 3,48 Energy Red. Was ist denn das? Kann man die essen? Also ich habe tatsächlich nur einen Flick-Wyvern-Flux-Capacitor mehr oder weniger verbraucht. Jojo, würdest du mal den Energy Cluster versuchen mitzunehmen? Ich stelle mich auch neben dich und würde, wenn dann, mit dir sterben. Der Energy Cluster-Weekend? Ja, genau. Ich habe... Du soll ihn abbauen mit meinen... Energy verbraucht. Du sollst mich nicht mehr von den Partikel-Effekten hier. Aber das ist irgendwas anderes. Was ist das? Healthy. Energy Cluster healthy. Au. Ja, die Wolke tut immer noch weh. Marst, weil ich ja. Aber sie wird langsam weniger, glaube ich. Hoffe ich. Ja, es wirkt so. Ja. Irgendwo habe ich doch mein Ding zu mir zu... Drück nach Hause, Parten. Endium-Ohr? Na gut. Das haben wir irgendwann mal gebraucht gehabt für irgendwelche ganz wichtigen Sachen. Aber ich erinnere mich nicht, was sie war. Keine Ahnung. Oh nein, the target has disappeared. Verdammt. Hä? War dieser Wald schon immer da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Endium Key Leaves sind das übrigens. Okay. Daraus kann man einen Biom-Kompass machen. Okay. Und einen Endium-Block. Fliegen wir nach Haus? Ja. Warum genau steht da ein Skelett? Ich habe eben eine... Ah, für die Void-Chess braucht man das. Ah, dafür. Richtig. Genau. Ja, irgendwo war ein Grab. Da war ein Skelett-Port. Ich packe dir die gemeinsam im System. Genau. So, dann glaube ich teleportiere ich mich einfach mal. Das finde ich schön, dass du das aus Spannungsgründen nicht schon vor 25 Minuten gemacht hast. Ja. Da war ich ja nicht zu Hause. Wo war ich denn hin? Ich möchte Base. Mag mich auch jemand aus Zeitgründen porten? Ja. Hast du dein komisches Charme-Of-Dislocation-Dingst? Ja, tatsächlich habe ich es nicht. Was? Wie frech. Das ist wirklich noch zu schnell. Komm. Da drauf. So. Gelandet. So. Dann. Hey Chaos Shards. Woo. Was machen wir mit dem Dragonheart? Ist das wieder nur so... Da freut sich jetzt übrigens sehr der Herr der Schildkröte. Der Dragonheart. Dragonheart. Echt? Der freut sich. Ja, wir haben Dragonheart. Okay. Sehr schön. Ja, Dragonballs, ich weiß. Okay. Ist das so ein ganz normales Dragonheart? Ich weiß nicht, was ein normales ist, aber es ist ein Dragonheart. Brauchst du noch deinen Teleport oder... Ja, bitte. Sehr langweilig hier. Noch jemand einen Port nach Hause? Ja, bitte. Äh, KV, TPX, B, 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 B. Hallo. Der will mich nicht. Ja, ist lag grad. Wahrscheinlich, weil Daniel grad... Buh! Buh, da war ich raus. Oh, ja. Timer auch, ja. Äh, Monomini, Multiplayer, Server ist aber noch alive anscheinend. Ja, war ja nur Timer auch.